Oh, ein Drecksgeschwätz. Das ist kein Drecksgeschwätz. Das ist Drecksgeschwätz. Da gibt's doch gar keine Diskussion für irgendjemand auf der Welt, daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei uns in Deutschland für im Tor steht. Du lügung. Komm schon, Spongebob, nur ein Spiel. Ich kann den Schatz schon riechen. Mr. Krabs, es ist schon spät. Gehen Sie ins Bett und schlafen Sie schön. Ich wirf lauf für dich. Acht Felder nach Norden, ein guter Anfang. Eins, zwei, drei. Mr. Krabs, ich will jetzt ins Bett. Kommt mal, jetzt nicht mit eurer Mentalität scheiße da. Jede Woche immer dieselbe Kacke. Entschuldigung. Jo mai, grüesti, ich bin derer Spongebob. Wie bitte? Jo mai, grüesti, ich bin derer Spongebob. Ich bin Kimmer, weil ich mein Hausort wiedersehen wollen. Dreht die Herdplatten hoch, weil ich hab richtig Hunger auf einen... Hilfe, Hilfe, was soll das? Ja! Spongebob, komm rein. Mrs. Puff, kann ich bitte in eine andere Klasse? Wieso denn? Weil ich... Ach, nur so. Nun sag schon. Ich kann's einfach nicht, Mrs. Puff. Ich hab's versucht, Mr. Plankton, ganz ehrlich. Was ist denn nun schon wieder? Ein Kunde hat eine mittlere Cola bestellt und ich hab ihm eine große gegeben. Eine große Cola! Ich hab den guten Namen der großen Krabbe beschmutzt. Beschmutzt, beschmutzt, beschmutzt. Herr Doktor. Ja, Herr Doktor. Was Ihren Patienten hier betrifft, bin ich zu einem Entschluss gelangt. Lass uns hören. Wir müssen ihn operativ von dem Süßigkeitenautomaten entfernen, sonst komm ich nicht an die Schmerzregel. Natürlich. Schwester! Bin schon dabei. Und ich wünsche diesem Krabbenbürger und all seinen Liebhabern ein frühes und wohlverdientes Wander! Nie im Leben war ich so frei, höher und höher wie durch Zauberei. Wer ist da? Ah, Fred! Die Prügel, weißt du noch? Und nun zur Sache. Los, geh weg, Gary. Ich will nicht, dass du das siehst. Es wird übel werden. Bist du bereit? Sekunde noch. So, jetzt bin ich bereit. Oh, da hast du wohl recht. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Gold, 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 gold. Hä? Das ist nur eine kleine Schatzkiste aus Plastik. Plastik!